Ich kann jetzt noch eine News droppen, Chat. Ich kann jetzt, glaube ich, hier nochmal eine News droppen im Chat. Ich hätte nicht mehr ever gedacht, damit wir soweit kommen. Chat, es wird Änderungen geben auf meinem Twitch-Kanal oder auf meinem YouTube-Kanal. Je nachdem, wo ihr diesen Stream hier nachschaut. Folgendes. Wer mir auf Instagram followt, der hat die Nachricht schon mitbekommen. Und zwar, ich werde weniger streamen. Jetzt ist die Frage, warum? Und zwar, wie drücke ich das denn jetzt alles aus am besten? Es ist nämlich jetzt mit dem Fall mittlerweile so, Ich streame jetzt seit anderthalb Jahren, zwei Jahre, schon viermal die Woche Yu-Gi-Oh! Content für euch. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, wo ich für euch viermal die Woche gestreamt habe, habe ich immer irgendwie Teilzeit nur gearbeitet oder sowas. Und da war das auch alles noch cool. Ich habe meistens so einen Tag frei gehabt oder so. Ich habe nur drei Tage die Woche gearbeitet. Dann habe ich am Wochenende hier und da mal gearbeitet und das ist ja alles gut. Nur jetzt habe ich ja Anfang diesen Jahres, habe ich ja meine Arbeitsstelle hochgestuft auf Vollzeitstelle. Erstens ist die Frage, warum habe ich meine Arbeit hochgestuft auf Vollzeitstelle. Das lag daran, weil das Auto meiner Mutter ist kaputt gegangen. Daraufhin habe ich ihr mein Auto geschenkt und ich musste mir halt ein neues Auto kaufen, musste ich dann hier noch finanzieren und alles mögliche, weshalb ich dann einfach nur meine Arbeitsstelle hochgestuft habe. Das ist so der Hauptgrund. Und jetzt ist es halt einfach der Grund, seit was einem halben, dreiviertel Jahr ist es mittlerweile schon so, Ich habe keine Ahnung jetzt, wie lange ich das jetzt schon so mache. Ich arbeite fünf Tage die Woche an meiner Arbeitsstelle als Physiotherapeut in der Tätigkeit eines Fachlehrers. Kaum komme ich nach Hause, habe ich zwei, drei Stunden Zeit. Eigentlich ja zwei Stunden Zeit und dann hocke ich schon für euch hier vor der Kamera. Und es fängt jetzt mittlerweile an, komplett mir auf die Substanz zu gehen. Was heißt das im Endeffekt? Ich bin nur noch kaputt. Ich verliere gerade wirklich auf die Dauer meinen Spaß. Ich habe alles aus den Augen verloren und alles mögliche. Und das ist jetzt halt leider das Problem, was ich hier mittlerweile sehe. Ich selbst habe keine Freizeit mehr. Also in meinem Leben dreht sich nur noch um Yu-Gi-Oh! Nur noch um Yu-Gi-Oh! und meine Arbeitsstelle. Und wenn du auf der Arbeit bist und wirklich kaum bist du frei, hast du nur Yu-Gi, wie kannst du dem Content jagen und alles mögliche. Und wenn ich jetzt gerade mal nichts mit Yu-Gi-Oh! mache und fühlt man sich halt komplett hohl innerlich. Und für mich ist das gerade mit keinen, es ist für mich halt mittlerweile so kein Zustand, den will ich auf die Dauer weitermachen. Und ich kann das halt alles nicht mehr so weit, weil wie gesagt, tagsüber, dann abends hocke ich hier vor der Kamera und am Wochenende, meistens freitags und samstags, hänge ich noch in der Physiopraxis bzw. in der Osteopathiepraxis meiner Mutter mit drin. Und dann tue ich da halt noch weiter arbeiten. Und, äh, es ist jetzt halt einfach so, ich muss eine Handbremse reinziehen. Ich muss eine Hand, weil Work-Life-Balance ist aktuell bei mir nur Work-Work-Work-Balance. Und das Hobby, Yu-Gi, wie soll ich sagen, ich würde gerne das hier Vollzeit machen. Ich habe alles versucht, Chat. Ich habe literally alles versucht. Und das wisst ihr. Ich seit, ich mache den Scheiß jetzt hier schon sehr, sehr lang. Sogar länger als Joshua Schmidt, kann man sagen. Das ist halt wieder, hm, wenn du es ausdrücken möchtest, jetzt hier kein Neid an Yoshi oder ich gönne ihm seinen Erfolg, Bruder. Der Typ, der reißt eh alles ab. Ähm, ich mache, wie soll ich das sagen, YouTube-pumpe ich. Ich habe, glaube ich, die letzten anderthalb Jahre gab es keinen Yu-Gi-Tuber, der nur im Ansatz so viel Content gepumpt hat wie ich. Was nichts mit News zu tun hatte. Ich wollte halt tatsächlich, äh, ich wollte wirklich nie dieser, hier wirst du besser, hier lernst du was-Kanal sein. Weil ich bin der Meinung, die gibt's wie Sand am Meer. Das Problem ist aber, Sand am Meer ist das Einzige, was sich klickt. Wir haben ja unsere Master-Duel-Challenge hier mit DTV gestartet. Und ich sag's dir, es ist voller Flop mal wieder. Ich hab ja hier Power of Rogue gestartet, ebenfalls voller Flop. Ähm, wenn ich einfach nur auf irgendwas reagiere, ist 10x more while, aber das ist irgendwas wie das anderes. Und jetzt einfach nur werde ich drauf zurückgreifen müssen. Ähm, ich werde nur noch 2x die Woche streamen, statt 4x. Ähm, es wird vorerst keine Montage. Also, ich mach das Ganze, das Ganze trifft auch erst ab April in Kraft. Das muss ich auch sagen. Den März zieh ich noch voll durch. Ich hab auch schon mit meinem Werbepartnern geredet, äh, mit Sleeve Chief. Die Verträge sind schon wieder alle angepasst. Äh, Holzkern, äh, kommt noch. Muss ich noch mit denen reden. Aber es ist halt einfach so, ich kann das nicht mehr. Ich straight up, also, äh, ja, ähm, und ich selbst werde mich jetzt einfach zurücknehmen. Und ich werde wirklich für mich auf ein Hobby-Level. Ich hab das so oft schon gesagt, so oft gesagt. Aber jetzt will ich wirklich erstmal nur noch sagen, das hier ist nur noch ein, etwas, damit ich Yugi spielen kann. Wenn ich jetzt halt aufhöre zu streamen, sage ich jetzt schon, wie es ist, höre ich mit Yugi auf und das will ich nicht. Ich will Yugi spielen. So, für mich soll das hier so der Ort sein, wo ich herkommen kann und ich zocke ein, zwei Runden Yugi. Oder ich zocke mal den Abend Yugi und mir gucken ein paar Leute mit dabei zu. Und dann kann ich noch quatschen, vor allem mit meinem Chat hier und sowas. Finde ich auch ganz nett. Ähm, also, das ist jetzt einmal das. Ähm, und der Sinn dieses Streams war ja wirklich einfach nur, um den Discord-Server zu promoten, damit der Discord-Server halt wächst. Und das hat wirklich tatsächlich funktioniert. Ähm, aber jetzt ist die Frage, wann werde ich jetzt streamen? Wie ziehe ich das Ganze jetzt auf? Also, der wichtigste Stream ist, glaube, das ist schon allen, die das Ganze hier mitverfolgen. Der wichtigste Stream von allen war immer der Dienstag-Stream. Das waren die ersten Remote-Duel Locals unserer Woche. Das ist auch mal so der, wo man am meisten View-Zahlen hatte. Das ist das, was die meisten geschaut haben. Der wird auf jeden Fall erhalten bleiben. Dienstagstätige Online-Locus bleibt. Jetzt ist aber noch das Zweite, was kommt, ist, und zwar, ähm, der Donnerstag. Donnerstags haben wir eben, äh, also, ich werde nur noch Dienstags und Donnerstags streamen. In Zukunft. Aber, was passiert dann mit dem Donnerstags-Stream? Also, ich möchte mir den, äh, Donnerstag so frei halten, damit ich es entweder so machen kann, entweder ich mache etwas, was nichts damit zu tun hat mit den Locals. Also, ich kann, wenn ich möchte, die Locals am Donnerstag streamen und da sagen, okay, wir spielen jetzt Locals am Donnerstag oder wir machen was anderes. Also, Dienstag bleibt Locals und Donnerstag Locals in Klammern oder DSM, also Drawstand by Main. Drawstand by Main übrigens bleibt erhalten. Dennis und ich wollen das weiter machen. Wir wollen das Ganze entweder offline machen oder wenn es halt da ist. Verstehst du, was ich meine? Auf jeden Fall, das bleibt halt erhalten. Ähm, ich werde das dann halt an dem Donnerstag auch so machen. ich werde oh nö danke für den Follow also je nachdem wie ich Bock hab Locals oder Reaction plus irgendwas und ja das machen wir dann immer so je nachdem wie wir uns fühlen aber der Dienstag Dienstag bleibt halt definitiv verhalten also ich glaube wie soll ich sagen ich hoffe ihr könnt es nachvollziehen mit dem Youtube Channel ist es eh so der ist eh an Katanakiri ja eh schon lange abgegeben das meiste macht ja davon Kevin wenn ich halt ab und zu mal so die Muse hab und Bock hab dann mach ich ja auch ein Youtube Video machen ja auch so ein Zeug und das werd ich dann auch wahrscheinlich weiterhin haben wenn ich mal Bock hab mein Youtube Video selber aber ja auf jeden Fall das ist jetzt erstmal so der Stand der Dinge ich hab das ganze schon auf Instagram Bescheid gegeben warum wie gesagt ich hab keine Freizeit ich vermiss den Sport bis zum geht nicht mehr ich also ich glaube wer schon länger und länger und länger diesen Stream mitbefolgt der kann so über Jahre Monate hatte ich ja einen Fitness Arc und dann musste ich Vollzeit arbeiten und seitdem bin ich nur noch fetter fetter und fauler und fetter und was und ich fühl mich richtig scheiße und unwohl und alles und äh ja das ist halt auch noch mit unter anderem ein Grund warum ich das jetzt auch gesagt hab ne ich will wieder ins Fitnessstudio ich will wieder Sport machen können und alles und äh Ernährung und so einen ganzen Kram achten und äh das ganze und ich hoffe ihr versteht das ganze und äh ja das ist jetzt der Stand der Dinge äh auch mal aus dem Gymstream ne absolut nicht und ja das ist jetzt der Stand der Dinge also der März den ziehen wir noch durch ähm da werd ich noch meinen alten äh Streaming Schedule machen von Montag bis Donnerstag und ab April wird's nur noch Dienstags und Donnerstags Streams geben like I fucking said ich kann das nicht mehr ähm ich wollte Vollzeit Streamer werden in Yu-Gi-Oh und in äh Deutschland ist das halt nichts was machbar ist dann hab ich auf Englisch gewechselt muss ich sagen hat bei mir nicht so funktioniert ich hab mir eine Reichweite mehr geschadet gut nach zwei Wochen kann man jetzt aber sagen Niska das hat ziemlich schadlos ja ich weiß Adi heißt is a hell of a drug ähm und das andere ist jetzt aber Niska was ist wenn das wieder so ne oh mein Gott CodeYG danke für deinen 5 Saps und das geht auch nicht danke für deinen Saps Leute ihr müsst mich jetzt nicht mit Geld so bewerfen wirklich viele viele lieben fucking Dank ich hab euch ganz so lieb äh ja und es ist jetzt halt einfach ich will ich will weiterhin für euch Niska sein ich will weiterhin der keine Ahnung Pausenclown bleiben aber ich muss jetzt legit erstmal äh nach mir schauen und zum Beispiel ich glaube das kann ich jetzt auch schon mal droppen ähm worauf ich mich jetzt halt auch nochmal mit unter konzentrieren muss Chat ist dass Jas und ich wir wollen nächstes Jahr heiraten und ähm das ist so eines der Dinge auf die ich mich jetzt gerade auch nochmal privat ein bisschen mehr fokussieren möchte ähm und äh den ganzen Kram und ja im Endeffekt I just literally die und ja ich dachte wir bekommen ein Kind vergiss es Bruder der heiraten Boss ja auf jeden Fall äh wirklich viele viele lieben fucking Dank Leute ihr seid wunderbar ähm Kuss und ähm ja 3 4 4 4 5 6 7 8 1 7 9 10